Let's Play Train Fever Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Runde Let's Play Train Fever hier im USA DLC bei Mr. Havetic Let's Plays. So, wir werden uns jetzt mal anschauen, warum auf dieser Linie nicht so wahnsinnig viele Passagiere mit uns fahren wollen, wie wir das eigentlich gerne hätten. Ja, eventuell könnte man hier ja den Städtenwachstum noch ein bisschen ankurbeln, indem wir uns hier diese Holzlinie zur Brust nehmen und da einfach mal stinkfrech wie wir sind. Ein paar Ladeplätze hier auf den Hof knallen. Das geht dann hier unten hin. Das heisst, wir werden hier das abreissen, hoffen, dass es so schon reicht. Nein, natürlich nicht. Und schon wird der Platz wieder bebaut, aber nicht mit uns. So, jetzt dürfte es aber passen. Ich glaube jetzt mal, wir sind etwas schneller als... Nein, es passt immer noch nicht. Gut, ich bin hier auch mal abgerissen. Und jetzt aber zügig. So. Das liefern wir dann einfach mal da hin. Ich wollte dich. Und hier gibt es einen etwas grösseren Umschlagplatz. So. Gut. Und ich würde mal sagen... Sieh, es hat kein... Busdepot. Dann verlegen wir das vielleicht einfach mal irgendwie hier hin. Und machen dann da... Zwei neue Linien. Eins davon wäre Linie 13. Die werden aber natürlich sofort umbenennen. Du fährst von hier nach hier. Das wäre dann... Mal schauen, ob wir das nicht schon haben. Holz aufs Bünd. Tadal. Aber Seehausholz haben wir noch nicht. Gut, dann ist das Holz. Dann bist du. Holz-See-Haus. Und du? Würdest dann... von... hier... nach... hier fahren. Und du wärst... Güter-See-Haus. Haben wir hier irgendwie schon mal Güter nach Seehausholz im Angebot? Schornebeck und Zeltendorf? Nee. Umso besser. Also Güter-See-Haus. Güter-See-Haus. Das passt. Dann holen wir uns jetzt erst mal ein paar Fahrzeuge. Vielleicht fangen wir mal mit. Ja, nehmen wir mal sechs Stück. Und setzen die auf... Holz-See-Haus. ...und kaufen wir uns jetzt mal... Äh... Hier fangen wir mal an mit fünf. Auf die Güter-See-Haus. Holen wir uns noch mal weitere fünf Fahrzeuge. Die wir dann logischerweise wieder auf die Halslinie schicken werden. Und damit hoffe ich, äh, bekommt die Stadt dann einen kleinen, aber kräftigen Wachstumsschub. Aha. Die ersten sind also unterwegs in Richtung... Äh... Äh... Nein. Das ist nicht die Halslinie. Die Halslinie haben wir da. Weil dann schicken wir die hier los, sobald die dann, äh, oben wären. Die geht dann wieder auf Holz... Nicht Güter da. Auf Holz-See-Haus. Hängt uns da einer an der Stoßstange? Pfff, unglaublich. Ha, da hängt uns doch tatsächlich einer an der Stoßstange. Was es nicht alles gibt. Pfff... Ja, wir werden es gleich sehen. Du fährst... Ja... Ah, natürlich. So. Die sollten jetzt dann eigentlich, äh... Ah, da war schon der erste auf dem Weg zurück. Gut, dann geht die zweite Ladung auf Holz-See-Haus. Und die nächsten fünf gehen auf Güter-See-Haus. Die kann jetzt noch nicht langsam zurück. Und dann schauen wir uns einfach mal die Taktung des Ganzen an. Äh, nur sichtbare, bitte. Güter-See-Haus 59 Sekunden, Holz-See-Haus 64. Könnte man auf Holz-See-Haus nochmal sechs... ...oder sieben? Dann machen wir sieben. Ja, wisst ihr was? Wir nehmen vier auf Holz-See-Haus. Und kaufen uns noch einen auf Güter-See-Haus. Du gehst auf Güter-See-Haus. So. Entschuldigung. So. Schauen wir uns den Takt jetzt mal an. Güter 54, Holz 47. Könnte sich dann eventuell auf 50, 55, 56 Sekunden... ...hoch pendeln, aber... ...das passt mir eigentlich schon so. Jaja, unsere Güterlinie im Paarenstatt. Da weiss ich ehrlich gesagt auch nie, was ich damit machen soll. Nun gut, machen wir hier erstmal den automatischen Fahrzeug-Ersatz. Okay. Hier steht das. Und... Ah, das ist Güter, okay. Okay. Lassen wir mal bei 100%. So. Passt, hier oben haben wir noch zwei Linien, die wir noch nicht automatisch aktualisieren. Ach, das war das in Hettenheim. Nein, na... Das haben wir noch nicht. So. Gut, der ist aktualisiert. Und sonst... Äh... Ah... Gut, Hettenheim 1 müssten wir auch noch schnell. So. Jetzt dürfte wieder alles auf dem neuesten Stand sein. Mal halt abgesehen von der Güterlinie. Ah, Öl, 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 Öl. Öl, Öl, Öl muss auch noch ein Fahrzeug ersetzt werden. Setzen wir auch den Mech drauf, da wir sonst nichts anderes haben. So. 100% automatisch ersetzen. Jawoll. Das wäre der Plan. Jetzt schauen wir uns das schnell an. Hier haben wir ja jetzt andere Strassenbahn bekommen. 11 Passagiere, 35 Stundenkilometer. Nur unwesentlich mehr Betriebskosten betrachtet man die schnellere Geschwindigkeit, das höhere Passagieraufkommen. 35 Jahre und die vierfache Ladegeschwindigkeit. Okay. Du sollst ersetzt werden. Dann machen wir mal alle Linien, die Minus machen. Also jedenfalls alle Tramlinien, die Minus machen. Bekommen die neuen Fahrzeuge, da wären wir hier auch noch. Weil schneller höheres Fahrgastaufkommen. Ergo gehe ich mal davon aus, dass wir dann auch eine bessere Taktrate und somit auch Gewinn machen. Sicher bin ich mir nicht. Deshalb lassen wir es jetzt mal so langsam angehen und das mal austesten. Ah, hier wird langsam ersetzt. Haben hier aber noch ein paar. Störenfrieden auf der Linie. Nun gut. Wie schaut es aus? Nichts wartend. Aber die haben ausgebaut. Das ist schon mal gut. Holz ist hier auch nicht mehr einfach so unterwegs. Die Säberei hat auch ausgebaut. Prima. Hier wird Fracht an uns geliefert. So muss das sein. Gut. Hier hätten wir das dann vorerst mal im Griff. Und ich hoffe jetzt mal, dass ihr das hier auf Nagel abterbt. Ansonsten müsste man sich da dann auch überlegen, äh... etwas... an der ganzen Sache zu ändern. So, hier ist jetzt auch Fracht zu Fuss unterwegs. Wieso das? Was? Haben wir hier zu wenig gehockt? Guter Scharnabäck. Guter Scharnabäck. Guter Scharnabäck. Theoretisch eigentlich passen. Gut, vielleicht setzen wir doch noch den einen oder anderen auf die Güter Scharnbecklinie. Kann ja nie schaden. Äh gut. Der Scharnbeck. So. Hier bräuchten wir aber auch ganz dringend Unterstützung. Ölselten. Ölselten-Dorf. Gibt jetzt auch noch Verstärkung. Keine Sorge. Eins, zwei, drei, vier. Das war Ölselten-Dorf. Ölselten-Dorf. Noch vier Fahrzeuge. Oh, ich verstehe. Äh, hier. Und das selten-Dorf dürfte jetzt passen. Jetzt müssen wir uns hier mal schauen, was Sache ist. Güter und Öl. Und Öl. Güter Selten-Dorf braucht auf jeden Fall noch Fahrzeuge. Da haben wir jetzt nämlich die Kutsche raus. So gehen wir ins Depot. Güter Selten-Dorf. Da kaufen wir uns mal noch Zwei Fahrzeuge dazu. Güter Selten-Dorf. Eventuell müssen wir hier die Pferdekutschen auch anfangen, manuell auszusorgen. Einmal. 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 Zweimal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Viermal. Das geht dann auf Öl-Modem-Bacherhof. Eins. Zwei. 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 Drei Vier Und Fünf Die haben hier auch unseren Verkehrsfluss ganz schön aufgehalten Die hat man ja hier vorher gesehen Darum Weg mit euch Strassenfahrzeuge kaufen Dann gibt's dafür Die gehen auf Öl Am Bacherhof Jetzt halten wir Die Linie eigentlich moderat Angepasst haben Und wenn da auch die ganzen Staus Die durch die Pferdenvorwerke verursacht wurden Behoben sind Dann kann die Linie Dann endlich mal anfangen Auch wirklich Quasi rentabel Anzufahren Oh yeah Eine neue Lokomotive Klasse 9000 Sehr schön Während wir dann schauen Ob wir da nächstes Mal vielleicht Eine Linie für die Erstellen können Dürfen Dürfen die haben da ruhig etwas Schön Schön Langes sein Für lange und schwere Züge Ja Jetzt gibt's da unten Kleines Chaos Bis sich hier Alles wieder Einigermassen verteilt hat Und jetzt sehen wir Güter gehen hier rüber Wir haben da keine Linie rüber Das werden wir jetzt aber ändern Und zwar schauen wir uns mal an wo die das hinliefern So letztes Pferdenvorwerke verkauft Von dem Macherhof Öllinie Wollen wir uns mal die Land Ja Landnutzung So Wo liefert ihr das Zeugs hin? Wahrscheinlich auch hier zum Industriegebiet Da gehe ich sogar mal von Ganz stark von aus Das heisst Wir werden hier unten Falls sich das kollisionstechnisch ausgeht Ja Geht sogar Oder vielleicht sogar hier unten Ein Terminal Und liefern jetzt auch Güter Von Von Hier unten Von Leute Ich will eine neue Linie So Also Da liefern wir Güter Von Hier Nach Hier Gut Und das wäre jetzt Güter Modenbacherhof Eins Und das gibt die Linie Die Linie Güter Güter Mo Was? Modenbacher Modenbacherhof Zwei Nicht hoch Hof Zwei Ah So Dann lassieren wir die mal eben Ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig für euch Weil wir uns jetzt hier Erstmal quasi nur um Zwei Vier Fünf Nur um Güterlinien kümmern So Das werden wir machen Auf Zwei Aber Ab der nächsten Folge Könnt ihr euch sicher sein Geht's dann wieder los Mit Zügen Güter Güter sind halt einfach Wenn richtig betrieben Eine Sehr gute Einnahmequelle Gut Sind Passagiere auch Mann siehe hier Da müssen wir uns denn wirklich mal Überlegen ob wir nicht Einen zweiten Zug Draufsetzen wollen würden Beziehungsweise Einen weiteren Zug Hier werden ja wohl schon Drei oder vier Züge fahren Aber einen weiteren Zug Draufsetzen Oder halt einfach Stärkere Schnellere Lokomotiven Schneller müssen sie zwar nicht unbedingt sein Aber Stärker Wäre In dem Fall Nicht verkehrt Gut Die ersten fünf sind unterwegs Dann gehen die nächsten fünf auf Modernbacherhof 2 Und ich mach nochmal fünf parat Nachdem wir geguckt haben Modernbacherhof 2 89 Sekunden Okay das ist ausbaufähig Güter Seltendorf Sollte sich jetzt langsam auch wieder einpendeln So und sobald die ersten fünf Fahrzeuge sich mal so langsam Rückweg runter zur Fabrik begeben Dann werde ich dann die letzten fünf Fahrzeuge auf die Linie setzen Und dann sollten wir hier doch einen einigmassen akzeptablen Takt bei rausbekommen Wie gesagt Güter Seltendorf und Ölm und den Bacherhof das muss ich jetzt so langsam aber sicher wieder einpendeln Da die ja beide Linien vorher noch durch die langsamen Pferdefuhrwerke aufgehalten wurden Da ist vieles von der zu liefernden Fracht Ja halt quasi in Schall und Rauch aufgegangen Sobald die das aber wieder drin haben Wird auch hier ganz schön die Luzi abgehen Gut schauen wir uns hier mal an Was denn die Statistik so sagt 18 von 25 Ja da ist die Produktion natürlich ganz schön in den Keller gegangen Sicher auch bei Müll Da werde ich noch einmal schauen So die ersten Fahrzeuge sind auf dem Rückweg Würde man sagen wenn die sich denn hier beim Weltern befinden Kurz vor der Weggabelung werden wir dann hier auch unsere letzten fünf Fahrzeuge losschicken Ansonsten sieht die Taktung noch eigentlich ganz passibel aus So die ersten paar sind auf dem Weg dahin Dann schicken wir die letzten fünf los Wir haben jetzt eine 59 Sekunden Taktung Ich würde mal sagen Kann man so lassen Und wir schauen uns hier nochmal schnell an Wenn wir es denn finden Moment mal Das ist Güter Öl haben wir ja da oben Ah hier haben wir auch noch die Öl-Öl-Öl-Öl-Linie Die einfach nichts an unserem Güterbahnhof abgeben will Wobei ich muss jetzt gerade mal gucken Habe ich da auch wirklich einen Güterbahnhof gebaut Das könnte natürlich sein Dass wir hier versehentlich gar keinen Frachtbahnhof Sondern einen normalen Passagierbahnhof gebaut haben Das wäre blöd das ist ein normaler drehen wir den mal das ist Passagier oh 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 Freunde ich sag's nicht gerne ich sag's echt nicht gerne wir haben hier tatsächlich einen Passagierbahnhof gebaut ich voll Idiot ich voll Idiot Leute ich sag's euch das kann das kann so ja nix werden wieso sagt ihr mir denn auch nix jetzt schauen wir mal naja auf Pause ob wir hier noch irgendwie einen Frachtbahnhof ranbekommen da hab ich beim Bau gar nicht mehr dran gedacht klar jetzt wo ich das Teil sehe jetzt wo ich das Teil sehe ist eigentlich klar dass das ja müssen wir hier noch mal den Bereich bis zur Weiche abreissen oder bis zum Depot in der Hoffnung dass wir das hinbekommen echt jetzt baut er da baut er da doch tatsächlich einen Passagier Terminal Passagierbahnhof hin und fragt sich wieso da keine Fracht angeliefert wird das hat doch schon bei einer einen Facepalm verdient jetzt hoffe ich ich kann den irgendwie verbinden ne natürlich nicht machen wir den einfach ein bisschen weiter rüber meine Güte gut habe ich den Beweis hier auf Video bei YouTube das würde mir sonst keiner glauben echt nicht ich mache ihn auch gleich mal ein bisschen länger so mal schauen ob wir den oder ob das wir müssen wohl doch den kleinen nehmen es kommt ja bekanntlich nicht auf die Länge an sondern darauf naja keine Ahnung wie es weiter geht hoffentlich passt das so mit den Anschlüssen sieht einigermassen gerade aus wieso sagst du mir baul nicht möglich echt jetzt doch doch das geht schon oder auch nicht ist auch blöd hier abzureissen weil hier haben wir Tunnel Scheibenhonig verlegen wir den Bahnhof einfach nochmal ein Stück weiter nach hinten irgendwann muss es ja passen eventuell so Krümmung zu gross und Steigung zu gross echt jetzt das ist aber Flitzenkacken liebe Freunde ich bin mir sicher jetzt geht gar nichts mehr ich kann hier blöderweise auch nicht so doch so dürfte es eventuell gehen nee so bitte jetzt passen 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 natürlich geht es nicht tja und ich habe mich noch gewundert wieso das wohl nicht funktioniert jetzt ist der Fall ja klar wo haben wir denn hier unsere Güterlinie Hilfe Güterlinie verloren manchmal macht das Spiel so ein bisschen komische Sprünge so wo ist unser Güterzug hier dann suchen wir dann halt so 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 und hier läuft die Linie hier hier ab hier ist sie unterbrochen ab hier gut versuchen wir hier mal unser bestes Linie weg weg eventuell sollten wir hier das Teilstück dann auch schon mal auf Oberleitung umstellen hin 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 Ich probiere jetzt mal von hier aus. BÄM! So. Dann klappt das wieder. Gut. 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 So, dann verlegen wir das wieder, so wie wir das eigentlich anfänglich gedacht haben, nach hier. Sicherheitshalber aber auch mal überprüfen, ob wir denn vielleicht hier nicht auch einen Passagierbahnhof gebaut haben. Und was soll ich sagen? Gut, da müssen wir uns dann nächstes Mal drum kümmern. Ich hoffe, ihr müsstet nie allzu stark lachen, wegen einem kleinen baulichen Fauxpas, den ich mir hier erlaubt habe. Weil hier haben wir auch Passagier. Aber, naja, gut, das werden wir im nächsten Part dann aber schnurstracks beheben. Und ich mache das Offscreen schnell, baue hier einfach die Linie auf die wichtigen Bahnhöfe um. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüss zusammen, euer Mr. Helvetik, Let's Plays, hier auf YouTube. Tschö mit Tö. Und Tschüssi mit Üssi.